Oh, ich habe einen Pilz gefunden. Pilz? Ja, einen Pilz. Ist der eher giftig oder ist das ein guter Pilz? Also das kann ich dir noch nicht sagen. Ja, das habe ich noch nicht getestet. Aha. Dann beiß mal rein, vielleicht weißt du dann nicht. Ich werde einen meiner Arbeiter dann mal verhauen, aber dann mal reinbeißen. Ja, diese Vorkoste, dafür werden ja auch eingestellt. Richtig, genau so ist es. Wozu hat man denn gutes Personal? Ja, auf jeden Fall. So sehe ich das reiche Sozialfarme. Genau. Da müssen sich auch mal die Arbeiter opfern. Jetzt haben wir mal schneller Steine. So. Darf ja wieder nicht schwer sein, hier. Das ist gar nicht so einfach, dass ich hier immer mit zwei bin. Wie haben wir jetzt mal das? What? Formsteal. Formsteal. Und das ist ja schon. Und das ist ja auch schon. Da ist ja schon. Ja... So, du machst das, hab ich noch Feuerhals, nein, ich krieg das, wo sind jetzt beide, ja, ja, da drübe ich die Exe dann beide wieder kaputt. Was kommt denn, was? Äh, warte mal. Was bekann ich denn... Hä, wo sehe ich denn? Nein! Irgendwas hat er mit Goblins gesagt, aber ich kann nicht lesen, was es war. kann man es nicht nachlesen ich sehe es nirgendwo ist das problem ach da wo du nichts abbauen kannst ja da sagt er das ist der goblin auf die nerven ich die steam so habt dann geht es ja richtig ab dass da richtig aber sowas von ich habe hier alle bäume wäschte es kannst du mal wissen kommen wir gleich wieder zwei Der Boiler ist in Armour, ja? Was brauchte ich? Lumber, genau E10 grass, F10, D10 grass, F10 E10 grass, F10, D10 grass, F10 E10 grass, E10 grass E10 grass, E9, available, build us no mass Process, dig for rocks Dig, process logs into Lumber Pass, E10 grass One available I'm gonna just try my Lumber 51, 2 D10, C, D10 grass, a 10,000 D10, D10 grass, a 10,000 Oh, it is so Available, R3 Build us, build us, build us, build Dig for, dig for, R3 R3 Seem D10 grass Seem D10 grass D9, C9, C9, C9 grass Wird hier jetzt gearbeitet? Ja E9 grass Und hier Dip, dip, dip Dip Wieso kann ich denn den blöden Baum nicht? All Up, plant an apple tree, plant barley Art, plant, 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 plant olives This job requires one olive Terrain of farmland It will take two minutes I have farm it Available, build us, build us Build us, build us Build us, build us, build us Build us no knife, skillfully Car grid, build, build us, don't know A heavy snow, ask, step, step, step Stone hole E10, D10 grass D10 grass No available Requesting list, D10 grass Press enter to travel Traveling to You are overseeing the plot Build us, no knife Build us, no knife Build us, no knife Build us, no knife La 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 Also ich finde ja einen Monat echt ein bisschen zu kurz, ne? Ja, ja, eben, finde ich auch Also das schreiben auch eigentlich alle im Forum Ja Seitdem ich das da angefragt hatte, haben wir irgendwie inzwischen 10 Leute geschrieben Ja, eigentlich wär so 3 Monate ganz schön Ja Aber 30 Tage ist schon Ne, kurz Der hat sich wahrscheinlich dazu noch nicht geäußert, nehme ich mal an Ne, der Krone hat sich wieder in Schweigen gehüllt La 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 Build us, no knife 6 seconds from magic Build us, no knife Deep, 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 deep Up, 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 up A snow knife has been built A force all available Great wine Strong grass is tilted ground Stop split firewood Sow logs into split firewood dessa W-sched 人 W-sched Wasser Flowing knot Mass Flowing 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 Como die Ich kenne mich Entonces, wir gehSE Obf Flowing Deina Flowing Ach landlord Ich habe doch zwei gemacht Flowing 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 Die Boiler hat er. Die Boiler hat er. Das ist alles gut. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Rine? Flouwer? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. So. Hier ist auch noch Luiven. Lege. Da beiße ich doch gleich in den Zweig. Warum soll ich die pflücken? Bäh. D1 Bakery. C1 Windmill. Available great wine. Build a stone. Lappadabadoo. Schubbalappadie. Schubbalappadie. Ich kann mir Kuchen kochen, äh backen. Jetzt ist bestimmt schon die 50 voll. 50 Kuchen? Nein, 50 Folgen. Achso. Ich wollte gerade... Oh ii. Also gut, bei deinem... ...notalen... ...Energy... ...aufkommen da... ...wäre das durchaus möglich. Ja. Du hast 50 Kuchen. Ja. Ja, bei meinem alten... ...Plot of Land. Ganz bestimmt. Sooo... ...redex. Sooo... Was habt ihr jetzt eigentlich zuletzt gemacht? Oh, hee. Habe ich. Blödsinn. Sooo... ...baum zu lassen. Sooo... Lampbeeech... Hab ich. Habe ich. Habe ich... ...d? Das baut ich endlich um die Barracks zu bauen? 2 Lampbeeech. 2 Lampbeeech, 4 Bricks, 2 Schingles. ...2. Ja, das bringt mir aber eh nichts, ich kann hier noch keinen traden, der nennt, obwohl, warte mal. Naja, aber ich lever am Armour, das ist ja... Lichtjahre entfernt. Was? Ja, ich weiß nicht. Wie viele Quests gibt es denn jetzt auf einmal? Boah krass, es gab noch vorher nur vier oder jetzt gibt es 20? Oh, was ist denn das? Wie ist denn das? All, Ent nenhum. All, Extrug berletzt, Land Harley, ArleU Harvest, Forge Barrel, Fertilize, Harley Krab, Kraftum, Extrug ... All, Ex Ministry. All, Excepti Make, Send A 옆, Andcover, Send a light to attack Goblin, Send a Pitemon, Send a Witness, Send a leave, A slave to attack Goblins, A slaves' his job requires, Terrain of Goblins, one stone axe it will take 10 minutes to complete . You will keep one stone axe the terrain will be changed. Sent a Knight, Send a slave to attack Goblins, Slave is grudgeingly sent to where Goblins have been spotted, to drive them from your land. There is a 10 chance the worker will be successful in running off the Goblins. Oh, toll, wie... Sicher. Ich kann einen Slave mit einer Steinachs losschicken, um die Kobolde plattzumachen. Ist ja cool. Das Ding ist, es gibt nur ne 10%ige Chance, dass er überlebt. Das ist nicht cool. Ne, irgendwie nicht. Dann mach ich erstmal noch ein Haus. Was brauch ich dafür eigentlich? Wo ich jetzt Feuerholz hier... Es ist eigentlich schade, dass man alles nicht sagen kann. Das ist hier von wegen... Hier, von wegen Frage im König nach... Söldnern, die... Die Helfen, so. Ja. Das wäre eigentlich... Ja, wenn man die dafür bezahlen würde, oder so, das wäre ja... Ja, sag ich ja. Ja, eben, was weiß ich, 500 Coins, oder so. Ja. Über 1000, meinetwegen. Ja. Maximum. Und dann kloppt der die alle weg. Ja. Ja, das wäre echt ganz cool. Ich hab' immer noch Kohle. Mach mal hin. Ich hab' keine Zeit. Ich brauch' diese dämliche Axt. Ich darf auch nicht mehr... So, Stahl. Los geht's. Das Schaf hat immer noch Wolle. Was ist los mit dem? Ja. Ja. Ja, krass. Ist echt so'n Monster scharf geworden. Unfassbar. Ja. 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 Ich weiß, welchen Einflüssen es ausgesetzt war. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat da irgendein Nachbar auf seiner Farm irgendwelche Experimente betrieben. Ja, vielleicht. Und da hat irgendwas in den Boden gekippt. Und das hat sich dann irgendwie auch zu mir durchgesetzt. Und ja. Jetzt hab' ich den Salat. Ey, das Schaf. So. Feuerholz 6. Öh. Euch machen wir jetzt erstmal die blöde Axt. Dann mach' ich die Apfelbäume weg. Schalalalalalalalalalala. Scheätter trofortsch Saddam. Ja, Leute. Außerdem fools sich anscheiden. Bes parlamentar ... Sche investir reine. Da! Hooksbla- цветet stairs. Da! Da! Ge14! Ich brauche nix mehr. Keine fertigen... fertigen Bars. Scha-scha-scha-la-la. Die ist eigentlich auch in der Nied. Oh, Stone. Lime Stone. Zwei Mal. Stone. Fertig. Cool. Lime Stone und Stone. Naja, das kann ich mir eh schenken, um jetzt noch was zu suchen. Das batallerkonstante Lied. Lalalalalala. Ich werde ihn nicht vergessen. Oh, Stahl ist fertig. Forges D-Lag. Forges D-Lag. Waaat. 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 Ich habe ja nie noch was her. Von meinem alten Land mitgenommen. D-Lag. Ist das auch so ein Kanister. Mmh. Forges D-Lag. Sheerd the sheep. 49 Charwood... Ja, deine Arbeiter wissen halt was ich gehört. Budubi da bubbedabuuu. das war der kanister einmal komplett reingegossen jetzt steigt gleich der wasserspiegel steigt jetzt gleich ungeheuer du da gibt es leichte überflutungstendenzen solltest ein deich bauen ein beicht dauerung